Hi Freunde, wir kommen zur achten Folge von unserer Borussia Mönchengladbach-Kalera. Hier ist der zweite Bundesliga-Spieltag. Wir spielen in Augsburg, also eine schöne weite Fahrt nach unten. Wir hier in Nordrhein-Westfalen müssen wir erstmal in den Süden kommen. Leute, und hier haben wir das Rennen direkt gut gemacht. Und hier checkt auch meine anderen Videos aus, Leute. Und ich habe wahrscheinlich ein neues Intro, Leute. Oh mein Gott, jetzt erstmal hier. Das können wir skippen, dann sehen wir in der Bundesliga, das ist der zweite Spieltag, Leute. Aber wir in den Auswärtstück heute. Und ja, aus dem Spiel folgendermaßen. In Torengressen, dann Jakob, Kulufu, El-Abu und Khedira, Bayer, Moravec, Heran, Benitez und Han. Ohne Gregoritsch. Ja, dann Bifa, Schmidt, Kuh, Rabio, dann so Jen und Gigi, glaube ich, wenn das so ist, Leute. Gleich sehen wir auch unsere Top-Elf vielleicht heute. Vielleicht ist es heute meine Top-Elf heute. In Torengressen, Sommer, der nicht nur Kapitän ist, sondern Thorgen, Havard, dann Erweli, Janschke und Gintar. Dann Kulufu, dann Schlager von Thermann-Neuhaus und vorne die beiden. Und jetzt will ich mal ganz kurz gucken, wie das aussehen soll. Und das ist nicht, so soll ich mich nicht, oh mein Gott, Leute. Jetzt sitzt, da bin ich schon wieder genervt, einmal. Da bin ich wirklich einmal genervt. Schlager Hermann, ähm, Leute, wir müssen jetzt so spielen, weil das Spiel ist so angibt, dass wir so spielen, es tut mir leid. Hier, wo geht's? Gutt von, player, hier, direkt den Ball erobert, player, ich stelle es dir, oh, das ist so doof, diese Spiel, ich mache jetzt 4-3-3, so reicht mir da. Ich finde, diese Spiel ist so abartig, Leute. Einmal cool zu spielen mit Dreierkett, alles zerbricht, nur weil FIFA die so Ausstellung kacke macht Leute, tut mir schon wieder leid. Aber egal. Willi. 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 Willi Hum. Kann ich besser PREFER. ganz schön. oder Davon kein Faul, ist ja laigh von die ein. Gehe doch ein. Na was ist denn das, die Gehege mettre so ein federal. Spiel doch. Schleibergut Schiebt Player Ja, ich finde es kein Faul Also die Schiedsrichter, die ich habe Momentan, Leute, die sind Top-Leute Top-Schiedsrichter-Kapper Jetzt Player Digga Was ist das denn? Jetzt Herr Sahn, jetzt komm Lauf, lauf To Player Gut gemacht von Player Jawohl An Player, 13 Minuten 0,1 Leute Ganz stark Juhu Endlich mal was Schönes Wie auf dem Kanal wahrscheinlich Nein, Spaß, aber Oh! Ja, hat sie noch genommen, ich hab dein Leben genommen Dierer war, ich glaube, ich hab die Dierer durch die Beine geschossen Dann natürlich für Luther auch keine Chance Erste Saison Top-Lean Huuuuh! Gute Rettungstag von den Oldspulgern Ball war auch schwierig Gute Rettungstag von den Oldspulgern Gute Rettungstag von den Oldspulgern Gute Rettung Gute Rettung da muss Gintal mitlaufen guck mal den hat Wendt den hat auch Oskar Oha Griego wird schlitten fett. Komplett hops Digga, was mit Outlook los? Die haben nicht gerade etwas hops. Sie haben einen Schiff vielleicht mal einen Seitenwechsel auf Hasad Ja, Kopfhäuser sind ganz ok Komm Schlager oben Ach, schade, aber Ecke, oder? Ne, einfach noch Ja, nicht, warum denn nicht da? Ja, mein Wir wollen den Schlager haben Mann, Leute, wir machen guten Druck, finde ich Wir machen guten Druck Oh, Hasad Abseits Aber Leute, da muss der Ball auf Den guten alten Alexander Player kommen Und dann schießt er den noch rein Und wahrscheinlich schießt er den dann rein Jetzt noch was jetzt Direkt das umschalten Das beherrscht noch nicht so gut mein Aber ich hab nur für den Schlager und das ist wieder ein Vollgas nicht abgefunden wird Dieser Schiedsrichter Ist noch besser als im Spiel gegen Leverkugel Crew Dank person und das e Cher Schränk 2 Set Worm Un stemmen Jürgen Und hier Mit den Taten nach den Haken kommt nach noch mehr Haken kommt er nach noch mehr Haken und so eine Kackbälle brauche ich nicht stellen jetzt meine Fresse noch mal also hat in die Mitte Pläheer nach Liebensaltern Satten und jetzt stellt um da ich stelle nicht um aber bleibt immer, denn warum? spiel doch einmal den Ball gut Pläa, Pläa, hallo Pläa Torgenhazard leckert die vielleicht ein bisschen besser wäre zu kommen Harald Lauf einmal durch das kann nicht nein was machst du denn jetzt kommt glattbach der sollte da nicht hin als abseits zwar der sollte eigentlich auf Neuhaus dann Mitte Jahr entschuldigt Spiel weiter Spiel 1 2 1 mit gefällt mir einfach nicht komm schießen Spiel 2 2 1 in der 46 so wenn ich das sehen meine Güte Torner hat ganzen Blatt nicht gut von Hermann die Butterweich Flanken dann Butterweich Turgan Hazard sehr schön Leute sehr schön sehr schön dass wir hier jetzt mit einer 2 1 in die Halbzeitpause gehen das freut mich die anderen Ergebnisse interessiert mich oder nicht ach egal weiter Leute das wird weiterkommen das wird es nicht abhalten Leute gut ja ja wohl ich will doch sehen ich will doch sie einfach nur nicht einfach nur das ist das Spiel Meister Wenn ihr euch fragt, warum wird das Tor jetzt da oben nicht angezeigt, weil da wo er abgefühlt hat, war schon da so ein bisschen und dann wird es nicht mehr dieses Tor und dann wird das Wappen da angezeigt. Deswegen ist es so, weil schon in der ersten Halbzeit kurz bevor er abgefühlt hat oder wo er abgefühlt hat, kam es da und so ganz, 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 ganz leicht und dann wird es halt nicht nur meiner zweiten Halbzeit gezeigt, finde ich auch irgendwie doof. Und wem müssen wir eigentlich danach spielen, das weiß ich überhaupt gar nicht. Torwart ganz ruhig, Torwart ganz ruhig. Schick dir den Ball hin! Ich kann es mal den Jansschke schicken, aber die Spieler müssen dann natürlich noch laufen. Sava. Guter Pass. Das Sava! Sava! Schlager vergibt diese gute Chance. Der Ball war halt so knapp. 15-0 Paraden. Oh, wir spielen dann nach Heim gegen die gelben Kirschner gegen Schalke. Ja, und er geht jetzt auch aus und dafür kommt nämlich jetzt Jenis. Zakaria. Und Kampani wechselt für fast 90 Minuten. Oh, Kuh kommt rein. Und Leicht im Ball gegen Zakaria. Mal Minusbank. Jetzt Zakaria und Leicht im Kontain. Gut gemacht von Zakaria. Hat den Ball schnell gespielt. Dann wird es noch schneller. Und jetzt Plea, 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 Plea. Foul! Foul! Paul ist doch nicht immer aus, was ist... Leute, ganz ehrlich, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Wenn der Schiri genauso ist wie gegen Schalke, habe ich gar keinen Schwung. Schalke konnte so über die Außen oder durch die Mitte, wenn Schalke bockert, alter. Ja, das riecht mich jetzt schon wieder auf. Das Spiel ist wirklich, wenn man verheizt, so gewechselt ist. Ich habe den Schalke, den Ball. Also noch das... Ja, mal hinten rechts hin und vorne links kommt das Ding. Habe ich mir auch mit? Nee, hab ich nicht. Schade. Kommt trotzdem jetzt mal der... Gute alte Raffi... die auch wenn auch wenn man trocken nicht auch mehr drauf die Inhalt nicht drauf schlager der flügel an die ja auch aber klar war auch nicht so gut war ganz gut auch mal ich muss den Deckel drauf machen Leute, ich muss den Deckel drauf machen, ich mache den Deckel erst drauf, wenn ich noch ein Tor schließe, dann ist der Drops auch gelutscht, jetzt irgendwie die kommen, Leute kommen jetzt, müsst ihr auch mal den Drops lutschen, der Drops muss jetzt hier auch mal gelutscht werden, also halt, das heißt so wie ich mache, dann ist der Drops gelutscht, so nimmt man das Leute, komm, jawohl, komm, jetzt, jetzt muss die Eck abwählen, jetzt muss schon mal einer nach vorne, einer nach vorne, nö, jetzt, 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 lauf doch nach vorne, lauf, 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 spiel, jetzt, 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 jetzt mach ich den Deckel zu, komm, jetzt über Hermann, ich spiel zum Neuhaus und jetzt mach ich den Deckel zu, zack, komm Torgen, Torgen, komm Torgen, Lauf doch weiter, Torgen, komm, Raphael, geh drauf, Raphael, geh drauf, no way, der, der hat mich hops genommen, und wie er mich hops genommen hat, der, oh, Zakaria, was ist das, Abtäter sagt, nee, wenn, 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 dann, wenn, wenn, jetzt, 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 Raphael, komm, ich noch mal drunter nein du nicht lang warum lang nein nicht lang der ich hab noch stehen gelaufen da ist jetzt wenn kapitän wo ich mich so gut es ist mir gar nicht mehr gehalten der jetzt vielleicht noch was machen kann jetzt alle noch eben ist doch nicht die offensivtaktikern das kann ich noch kein Tor gefallen und mein Gott nein Zauberlauf schon mal Zauberlauf schon mal und jetzt spielen spielen Zauberlauf Zauberlauf nun er hat doch das Spiel weiterlaufen ganz ehrlich ist es so eine dumme Verzögerung ich muss den Sack zu machen hörst du Schiri Sack zu machen die Sack zu tun Schicksal war das gibt es nicht jetzt jetzt komm doch mal schneller in Fahrt jetzt Stindl passt Junge Raphael ist so schlecht die verkauft Raphael in der Winterpause Digga Raphael was machst du? Nein! Nein! Zaccaria mach den doch rein! Nein! 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 Ey! Ey! Nein! 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 Mein Gott, ey wir die jetzt jetzt Playa 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 Ey, das gibt es nicht Das gibt es einfach nicht Das gibt es nicht, dass im zweiten Durchgang jetzt kein Tor fallen will Jetzt alle nach vorne Lauf, lauf, Playa lauf, Playa lauf, lauf Wo ich schindle Ey, Raphael du bist Stürmer Kein ZM Komm Raphael Komm, beweist dich doch mal Nein, nein, das ist der letzte Angriff Das wird der letzte, ja das ist der letzte Angriff Oh Gott, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht Bitte nicht, bitte nicht Bitte nicht Ecke, Ecke, Ecke Okay, Torwart ist die mit nach vorne Mega, schwer Es ist aber lauf, es ist aber lauf Ja, wir gewinnen! Wir gewinnen das Zweites Spiel, Leute Das war's mit der achten Folge Tschüss!